hallo spielen es geht zuerst das ranziehen ne ich du machst die test als ob der in wäden will ich bin übrigens darius wii botlen ja das ist nämlich jetzt meter schon einfach ein rennen noch gar nicht da als ob er mit seinen fünf api dahin läuft wie hier schon einfach über meine tentakel sind wie ist das mit den tentakeln hauen die zu ihr ja wenn ich spätestens wenn ich meine meine e mache als ob ich keine sister für gekriegt habe egal ja ja wir hatten auch hier verraten richtige kackrunde und da dachten wir uns daher kommt dann kannst du auch mal rein trocken und wir haben sogar noch das glück wir haben den ad carry mit der mit der geringsten range das heißt es läuft es kann nur gut werden ich weiß noch nicht warum der ad carry toplane spielt komische leute halt ist halt normal haben die keine alikari alter doch doch die wechsel kaiser so nicht rechts wo ist die ja nicht da anscheinend die ist mitte aber weil aurelion ne der ist auch level 2 warum machen die dann zusammen mitte hättest du den gekriegt wenn wir gut gewesen die kuh muss ich erst aufladen kann das sein ja genau so jetzt läuft er hier gleich raus und jetzt zieht er das ding zu sich kriegt damage und überall die tentakel aber das ist so eine schläge runde meinst du der bot tor als erstes könnte ich mir gut vorstellen das ist so broken ich bin einfach lieben das spiel wenn guck mal da kommt noch mehr tentakel aus dem boden raus der arme alter ist sehr gefickt auf den tower immer auf der tower er tut mir schon ein bisschen leid das tut doch bestimmt schon weh dachte sich so eine schwierige runde mit tarik und dann kriegt er aber sowas ich habe nicht getroffen wir haben keine minions warte ich wollte mal jo mach mal mein guck mal der hat einfach der arme hat einfach drei farben und jetzt jetzt ihr braucht jetzt nicht in die kommentare schreiben ja was ist das jetzt supporter ja der ist alleine auf der lane das müsst ihr bedenken ne der hätte gerade kein ad carry der könnte halt easy farm ne ja muss ja nur sneaky da stehen jetzt ab unser jasui jetzt afk gegangen ist oh boy easy ich hab kein mana aber wenn ich level 6 bin gehe ich nach hause gehst nach hause wenn ich level 6 bin alles dann muss ich hier ja ah ah was ah es wieder noch aber der tower ist down nein 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 du sollst dich nicht weiter hinten lassen ich geh doch gleich zurück ich hab 1000 gold man da tut mir richtig leichter typ soll ich auf ad oder auf tank gehen mach du mal tank dann mach ich den ad part ja wohl ich mir erst mal diesen hammer page bist ihr der bessere tank ich meinst du komm jetzt auf weg ja okay egal wir haben fast dauer ja das ist echt gut also irgendwas muss ich nochmal gucken weil bei obs alles was ich aufnehme hat keinen roten rand außer loll ne der rote rand ist nur dann kannst du das bild verschieben ja ne ne aber das ist in den aufnahmen auch immer so echt wir müssen mal gucken ich weiß nicht woanders liegt er hat keinen mana er läuft direkt weg du merkst aber direkt dass das normal ist ne ja klar draven steht die ganze zeit afk in der mitte ja da kommt den turm und ja ja da muss ich erst mindestens down sein schön das 300 bonus gold so die 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 ziel ja das man mit wir fahren mal 2 und du hast einfach den höchsten fahren abgesehen vom dr mundo der ein mehr hat ja komm komm ja ich musste erst so ein keks essen okay drauf nein als ob hol dir den super easy und den tun wir auch noch lassen nach dem dragon machen dann musst du über tanken das wird knapp ja wenn ihr nicht kommen brauchen was nicht machen allerdings kann ich mir den farben auch wenn man dann kann ich mir mein item fertig kaufen nein lass mich den farm da haben wir das hier nächstens drin das müsste auch nicht so weit dabei läuft es bei uns doch gerade so gut so ich bin mir jetzt mal als erstes item schwarzes bei roboten abfahren hier ist gefährlicher als ob ich da gemisst habe ja die ulti resettet sich wenn ich einer mit töten ja genau bitte nicht resettet sich du kriegst dann halt quasi hast dann quasi zeit die noch mal zu nutzen ja und das geht halt so lange bis du halt einen nicht tötest jetzt kommen sie alle ja ich bin groß ich gebe es auf ob was man lassen können das war das war tage ja 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 die kickse verkauf ich ja gut mein gott passiert 2 gegen 4 macht man nix wir haben glück gehabt dass ich meine ulti schon vorher benutzt habe weil sonst wären die alle weggefickt worden weil die lau ist ja dahin so mega op dass wenn tentakel mehrere ziele treffen dass ich dann geheilt werde das ist halt mega mega strong ja ich muss noch kurz noch mal die botlein ein bisschen pushen jetzt hole ich mir einen frosthammer dann slow ich die auch noch wenn ich die anhitte und dann noch eine w von mir drauf dann können die gar nicht mehr laufen ja das ist halt einfach so 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 man man er läuft dir direkt weg da ja er weiß was ihm blüht deswegen ja dass man das mal jetzt wollen jetzt können was machen jetzt sind wir beide voll so viel schein hat er jetzt nicht gemacht ok komm wir fahren die mitte ab das ist eigentlich noch person sollte man hinkriegen ja ne geht auch nicht aber das kann auch nicht sein dass wir nichts an hilfe kriegen der fiel ist halt richtig hart rein ja der war keine zwei siegte aber auf k ja der g war gerade keine zwei sekunden drin und war schon tot als ob wir das spiel einfach reißen das soll das schon wieder also was heißt reißen wir sind die besten aus dem spiel ja wird auch noch mehr alter was ist denn das ja jetzt holt er mal welche als ob ich das gemisst habe und das war gerade nicht mal mit ulti und die habe ich schon ein bisschen gefokust ich hole mir glaube ich noch ein punchfeier cape was kannst du machen jetzt hole ich mir jetzt warmungsrüstung denn so ein feuerumhang mit dem durenpanzer und so ja klingt nach dem plan das leben ist die süße einer frucht und die freude des kampfes die süße einer frucht und sie klingt nach dem plan ja der zu Hause ist halt echt hart scheiße würde ich jetzt mal so in den raum werfen ja so steht ja weil der war auch afk der ist erst level 8 der mix an verfahren ja ja solche ja alleine in afk ist es schlecht weggefistet ja nein ich wollte ihn noch anholen mit der e und dann einfach anders herangezogen ich hatte ja ohne tor mit mir jetzt auch echt million getroffen Okay. Ah, fuck. Kannst du was machen? Ja, okay, geil. Ja, nur reinbekommen. Okay, dreifach Tötung? Alles klar. Einfach so. Oder meinst du, es wird noch eine Vierfachttötung? Naja, könnte was werden. Aber ich habe kein Mana mehr. Ja, okay, Mist. Mit Mana jetzt. Wie hättest du den auseinandergenommen? Mit Mana hätte ich den weggemacht, Alter. Ja, cool ist das. So 1400 Gold brauche ich für meine Next-Zeitung. Oh, was haben die denn? Haben auch relativ viel... Und der Such steht das oben gegen Doktor Mundo? Ja, GG. Aber der Legion ist irgendwie auch erst Level 7. Ja. Ja, der war auch ARF. Also das ist echt so ein richtiges... Das ist ein richtiges Normal-Game, Alter. Alle waren ARFK am Anfang, gefühlt. Ah, komme ich nicht rum. Keiner weiß so richtig, wie man sich in Champions spielt. So, das machst du alle weg. Meinst du, es ist noch ein Pentakill drin? In dem Game könnte klappen. Wenn wir mal im Team angreifen. Also wenn da so ein richtiger Teamfight entsteht und ich da meine Ulti drin zünde, dann ist GG. Dann ist alles RIP. Warum stirbt der nicht? Na, geht doch. Ich hab meine Ulti draufgehauen, der kommt schon. Ja, weil... Deine Ulti skaliert ja, je mehr Blutung die haben und so, desto mehr Schaden machst du und dies und das. Naja. Abfuck. Jaaa. Na, das war's denn mit dem Mid-Tower? Nein. Da kommt wieder die Lowi, die erklärt das. Da kommt wieder die Lowi, die erklärt das. Jaaa. Das ist nach einem super wechselt. Habe ich gar nicht gesehen. Jaa. Was ist denn das alter? Draven? Jaaa. Jaaa. Wenn die nicht so... Wenn die nicht AFK wären, dann wäre das halt jetzt schon gewonnen. Weil die können nix, die Gegner. Die sind einfach nur RIP. Er geht bestimmt noch einfach so rein. Also der Yasuo hat 60 Minion, das ist schon schlecht. Jaaa. Wie på? Was ist denn die Frage? Ich bin sämt ihr gleicher... Also... DoppeligBOYsteine. Jaaa. Du und deinen KULKL wirst. Jaaa. Das ist für sie, die Frage zu sein. Sind wir ab. Ich bin halt die Frage. Jaaa. ich weiß es nicht aber ich glaube das gäbe es los ja nur zwei wir haben gerade man ja die sache ist den 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 mund kriegen wir halt nicht dauernd wegen seiner ulti ja so spielt hat einfach total scheiße ist halt einfach so und ich glaube der munde macht auch von denen echt am meisten der mensch oder wir gehen einfach kurz vertreten so lange der jetzt wir müssen hier ein bisschen ja also 14 3 dr mundo ist schon schon heftig schon ungeil das ist die erste lektion ich push mal die troppeln werde wahrscheinlich abgefarmt aber ist egal das muss was werden jagt sie ja schon wieder zurück aber warum geht denn ja so direkt wieder rein das verlassen und wer gleich hinterher so wie es jetzt keine haupte guckte den der mensch an das habe ich alles alleine gemacht und der mund wurde schon wieder mega heftig geheilt das sollte das sollte man ja weil ich vor den angeschlossenen aber egal wie machen wir wir reißen den noch ein habe ich eine warmung sagt ich glaube bevor wir den einreißen sind wir eingerissen ja gut was warum kämpft er denn da ja nun mal was ne scheiße warum ich habe gar nicht graven oder so ein wixer oh ja oh ja das stimmt schon lol mein chat ist für neun spiele lang eingeschränkt da habe ich gerade eine meldung gekriegt warum ja wahrscheinlich weil ich zu viel geflamed habe und ich reportet wurde das erste mal dass ich durch 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 irgendwie sowas ne rückmeldung von wild gekriegt habe naja gut sehen uns beim nächsten mal haut rein tschüss tschüss bis an tschüss 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 bis zum nächsten mal